Weiter geht's in unserem LP. Wir machen diesmal die Quest in Bessmor mal fertig, dort in den Rest der Alleraufgaben ist. Beziehungsweise wir machen doch mal Terra-Leber, das ist ein bisschen besser noch. Was brauchen wir dort noch? Ähm, mal überlegen. Wir brauchen die Abzeigen, glaube ich. So, wie ihr sicherlich seht, ich hab ein komplettes Ava-Set zurzeit, was raus ist. Fragt sich nur warum. Ja, weil wir gut auf dem Markt verdient haben. Wir? Ja, du, ich hab auch verdient auf dem Markt, sonst hättest du nicht deinen anderen Teil gehabt. Ich war so frei, hab dir einfach mal das scheiße Jem. Ja, und was war mit dem Rest, äh, der Kohle, die wir in der Zeit am Anfang hatten? Da hat's doch nicht so viel Kohle am Anfang. Ähm, ähm, hust, hust, 160 Kaka? Na ja. Und davon hast du 70 Millionen gekriegt, um die ersten Teile von dir für dich zu kaufen? Du hast sie aber teurer gekauft als ich. Ich werde noch Geld sparen, na. Ja, meine sind ja auch seltener, komischerweise. Hä? Meine sind nicht selten, äh, meine sind hier am seltensten. Guck doch mal auf den Markt, da ist überhaupt nie was. Bei mir gibt's überhaupt nicht. Guck doch mal, bei dir, Chang, überall voll. So. Du kannst es aber nur meist nicht leisten. Ich geh jetzt mal in den Dungeon. So, da holen wir uns jetzt erstmal dieses Ding, so, und... Dum-dum. Äh, was ist hier los? Tidim! Äh, du mit deiner Wii wieder mal. Oh, leck mich. Ich zock da auch irgendwas. Terraria. Äh, okay, Terraria geht gar nicht. Ich fällt mir grad ein. Koffer hat endlich mal welche auf dem Markt kaufen. Kaufen. Wir sollten auch mal so ein Live-Screen machen. Mhm. Bei Pokémon zum Beispiel. Oder alle stehen. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. So, das ist das Abzeichen, äh. Und das 31. LOL. Wenn es so weiterläuft, kriegst du einen Run, aber das wär... sehr komisch. So. Hm. Ich habe glaube, ich habe vom Gedächtnislegierung schweregekriegt. ne klinge meine federschmuck aus jetzt hier so was spießt denn gerade da war jemand gnädig mit mir gott ich danke dir also macht dich nicht lächerlich alter da hat jemand echt richtig viel bei mir eingekauft ich habe gedacht es hat hier jemand selbst wenn der pfandkuchen getan ich habe schon sein pfandkuchen mit senf gegessen wie lustig ich bin jetzt mal los lol so mir fällt gerade auf wir haben zu leisen tonen das ist nicht gut so die ton hier drauf und dann geht's los und genauso wie ihr seht a und b und ja das bringt manchmal echt vorteil wenn man verschieden hat 100 von diesen alter asien sport ist zum beispiel auch ein titel und zerlegt und dann haben wir unser 32. abzeichnende ein bist wie ich Das war's. So, 33, 34, geil. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, und der Gegner ist weg. So, lol, er resettet gerade. So, kurz Pose, wollte ich sagen, gehen wir mal kurz aus, und. Noch 11 abzeichnen, okay, da schauen wir mal. So, bis gleich, würde ich sagen.